Musik Wenn Olaf Wulff morgens ins Materiallager des Deutschen Imkerbundes kommt, heißt es erst einmal, Bestellformulare sortieren und Kundenadressen kontrollieren. Nämlich die, die später auf die Gewährverschlüsse für die Einheitsgläser des Deutschen Imkerbundes gedruckt werden. Wir versuchen im Vorfeld Fehler auszumerzen und dann kontrolliert man den Adresseneindruck und eben ob Zusätze dazu wollen, ein regionaler Zusatzeindruck, ob er mehr oder Pfandglas drauf gedruckt haben will oder ein Logo, je nachdem ein Bildzeichen. Sollten bei Bestellungen Kundendaten von denen vorangegangene Bestellungen abweichen, fragen Mitarbeiterinnen vom Vertrieb telefonisch beim Kunden nach, ob die Daten korrekt sind. Wenn nicht, bekommt Olaf Wulff die Information und korrigiert den Fehler. Nächste Station, das Lager. Hier werden die Gewährverschlüsse, die von der Druckerei gekommen sind, noch einmal genau kontrolliert. Die Chargennummern und die Qualität müssen stimmen, bevor die Gewährverschlüsse für den Versand an die Kunden verpackt werden können. Die Gewährverschlüsse gehören zu den Produkten des Deutschen Imkerbundes, die am häufigsten bestellt werden. Auch andere Produkte sind begehrt. Das ist unser achteiliger Naturlehrpfad, ein Plakat, das Außendarbeschild in der DIN A2 und DIN A3 Größe geht sehr gut. Der Tafelsatz, auch eine Schautafel für unsere Mitglieder und Imker. Die Zuchtkarten werden natürlich der gängige Verbrauch für die, ist ein gängiger Verbrauch für die Imker. Die Aufkleber gehen sehr gut, die Geschenkverpackungen. Wir haben Papiertragetaschen, die so ein bisschen wie geschnittenes Brot hier rausgehen. Also es ist schon, ja, immer auch ein bisschen saisonbedingt. Rund 100 Produkte findet man im Lager des Deutschen Imkerbundes. Eine logistische Herausforderung, denn mehrere Tonnen Ware werden jeden Tag von hier aus an die Imker versendet. Manchmal viele kleine Pakete, oft auch ganze Lkw-Ladungen. Zwei Kollegen unterstützen Olaf Wulff, trotzdem manchmal wird es stressig. Wir haben im Frühjahr bis in den Sommer herein der Tag der Imkerei, wo einzelne Landesverbände und Imkervereine eine Veranstaltung machen. Und da gibt es ein subventioniertes Paket, welche Ware dann meist in den gleichen Sorten verpackt wird. Und da bestellt fast jeder, der so eine Veranstaltung macht. Und das ist schon eine Zeit, da fahren wir schon auf Hochtouren. Wo viel verpackt, umgepackt und ausgepackt wird, fallen viele Kartons an, die nicht mehr für den Versand geeignet sind. Ein Wertstoff, der beim Deutschen Imkerbund nicht entsorgt wird. Diese Maschine macht aus Kartons Füllmaterial, damit auch zerbrechliche Ware unbeschädigt die Imker erreicht. Am Nachmittag, Olaf Wulff kontrolliert ein Roll-Up. Es soll bald versendet werden. Ein nachgefragtes Produkt für Imkerveranstaltungen oder den Unterricht. Das sind unsere siebenteiligen Roll-Ups mit verschiedenen Motiven. Die kann man bei uns käuflich erwerben, aber auch zur Ausleihe. Am Ende des Tages stellt Olaf Wulff noch eine Lieferung an das Tor. Sie wird morgen vom Spediteur abgeholt. Olaf Wulff ist beim Deutschen Imkerbund ganz sicher der Allrounder. Ob Bestellüberwachung, Warenqualitätskontrolle, versandfertiges Verpacken oder Maschinenbediener. Er tut alles, damit die Imker pünktlich ihre bestellten Produkte bekommen. Abonniert etwas, damit der Allrounder kann. Ad緩 früh, bei einem Strud preocup. Um laut zu mir schaden, Boer Gal-Upser. Aber was sind christend und gownvoll hat mich hier ver력bundld. Vielen Dank.